Ja, der Name ist Sascha Weber, 42 Jahre jung, trainiere normalerweise SV Düsseldorf-Mosebeck und wurde eben zusammen mit Matthias Heymann für die Lippe-Kick-Auswahl der Knoll ausgewählt. Hat es ja viele Jahre gar nicht gegeben, diese Vergleiche mit dem Kreis Lembo. Und ich denke, es ist für jeden Trainer, aber auch Spieler eine große Herausforderung, sich einmal im Jahr mit den Besten jeder Klasse zu messen. Ja, flach Spielen hochgewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020